Heute gibt's Saltinbocker Kartoffeln aus dem Omnia Backofen, ist eine super tolle Beilage zum Grillen. Dafür habe ich jetzt schon mal die Kartoffeln vorgekocht oder koche gerade die Kartoffeln vor und ihr braucht dafür einfach nur noch ein paar Bekenscheiben und Salbeiblätter und dann habt ihr auch schon alle Zutaten beisammen und den Rest machen wir dann gleich. Die Saltinbocker Kartoffeln, da habe ich ja jetzt die Kartoffeln vorgekocht. Normalerweise schält man die Kartoffeln auch. Ich werde jetzt ein paar schälen und ich werde ein paar so lassen, weil die Schale kann man ja mitessen. Mal gucken, welche besser werden. Das ganze machen wir im beschichteten Omnia Backofen, denn da brauche ich auch keine Angst haben, dass ich nachher schrubben muss, weil ich habe die schon mal im normalen Backofen gemacht, das geht in dem unbeschichteten, aber dann hat man nachher halt auch eine etwas größere Reinigungsaktion. Das heißt, ihr müsst wieder einweichen. Das dauert halt ein bisschen und dann müsst ihr da halt ordentlich sauber machen. Und hier braucht ihr das nämlich nicht, denn der braucht nachher nur noch einen Küchenkrepp und dann ist alles blitzeblank. Aber wir machen jetzt erstmal die Saltinbocker Kartoffeln. Ich mache die erstmal ohne schälen, mache ich da rein und dann schäle ich die Hälfte und wickele den Bacon drum und lege vorher noch ein Salbeiblatt da rein, weil Saltinbocker ist ja immer mit Bacon, eigentlich mit Parmaschinken, ich nehme aber jetzt Bacon und Salbei. So, und dann fangen wir jetzt einfach mal an damit. Und das ganze wandert jetzt einmal auf mittlerer Flamme. So ungefähr vier Minuten von beiden Seiten, müsst mal gucken, wie dick eure Kartoffeln sind, weil die sollen jetzt ein bisschen braun werden. Wir müssen die gleich auch mal ein bisschen drehen, damit der Bacon von beiden Seiten halt gebräunt wird. Wie gesagt, ihr könnt Parmaschinken nehmen, ich habe jetzt Parmaschinken leider vergessen, passiert, aber Bacon ist auch ganz lecker. Ich habe schon reingeguckt. Die sind richtig gut geworden. Die sind, ich zeig's euch, ich zeig's euch. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt eine geschälte, eine ungeschälte und eine geschälte hier. Die sind ehrlich von allen Seiten richtig braun geworden, im Beschichteten. Ich habe die jetzt alle mal so viermal gewendet, das heißt so vier Seiten, und jede Seite bei ungefähr drei Minuten auf mittlerer Flamme. Ich habe erste Zange in der Hand gehabt, muss ich euch sagen, dann fiel mir eine, ah, meine Zange ist aus Metall. Ich habe mich nicht getraut, weil man ist ja manchmal so, dass man trotzdem an den Kamin kommt oder sowas. Also habe ich die genommen. Die gehen natürlich auch super, weil ist da Zangen ähnlich. Uh, die sind so lecker geworden. Und jetzt zeig ich euch gleich mal den beschichteten Omnia, deswegen hole ich die gerade mal da raus. So, und jetzt, jetzt schaut euch echt mal den beschichteten Omnia an. Da ist nur ein bisschen Fett drin vom, von dem Bacon. Und jetzt ist es traumhaft, das Teil zu spülen. Ich bin ja mega begeistert davon. Aber jetzt macht's noch mehr Spaß, denn wer schon mal Saltimbocca-Kartoffeln im Omnia-Backofen gemacht hat, und zwar in dem unbeschichteten, der weiß, das ist eine Heidenarbeit, das Ding wieder sauber zu bekommen. Klar, man kann ihn einfach einweichen, es dauert seine Zeit, man kriegt ihn dann auch mit einem, mit einer Spülbürste gut sauber. Aber jetzt ist es echt ein Traum. Ja. Und das war jetzt ein weiteres Rezept für Grillbeilagen. Schreibt doch in den Kommentaren, was ihr euch so wünscht. Was möchtet ihr? Was habt ihr für Ideen? Vermisst ihr irgendwas? Dann machen wir das gerne nach. Gucken, wie wir es umsetzen können. Ich hab so einen Hunger, Schatzi. Ja, dich hab ich ja schon vermisst. Ich hab so einen Hunger. Dich hab ich schon wirklich vermisst. Möchtest du eine probieren? Guck mal, guck mal, guck mal. Sind wir schon so weit? Ja, du kannst eine probieren. Guck mal, du darfst mal einen probieren. Möchtest du einen geschälten oder ungeschälten? Ungeschälten. Boah. Boah. Die ist geschält? Ach, du wolltest ungeschält, ne? Ich wollte ungeschält. Ach so, okay. Dann hab ich dich falsch verstanden. Dann hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. So, ungeschält. So, schau. Jetzt probier. Warte. Wo ist der Rest? Der Rest kommt später. Du hast ja nicht gegrillt. Das ist eine Grillbeilage. Boah, ist heiß. Ist heiß. Ist heiß. Oh, da ist ein Blatt drin. Das schmeckt nicht. Richtig heiß. Ja, lecker. Und hier gibt's den Rest. Deren Rest solltest du auf den Grill packen. Mal. Spann? Später. Wir gehen einkaufen. Wir grillen jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video.